tschüss Ihr habt ja vielleicht im Pre-Intro gesehen, was gestern los war Leute, Leute, mein Internet ist heute wirklich das Beste von CZ. Wir haben absolut Flaute Und dann war ich tatsächlich mit mobilen Daten noch auf gomahd.net unterwegs Das ist übrigens meine erste Runde gerade War ich mit mobilen Daten tatsächlich noch auf gomahd.net unterwegs Aber das hat mich gestern gar nicht mehr geworden Also ich hab dann wieder eine Stunde lang probiert, irgendwas aufzunehmen Aber es ging dann halt den ganzen Tag nicht irgendwie Und, ähm, ja, wenn man dann irgendwann so lange verloren hat, bis, ähm, ich glaube, ich sollte den da sofort holen Ob der Clan erstmal ausgelöscht ist Nein! Er darf das nicht schaffen So eine Wichsgeburt Der ist da rüber und hat den noch geholt, Alter Ich hab nichts zu meinem Erdbeeren, das ist ein bisschen scheiße Aber, äh, wir können uns ja trotzdem mal hier hin Oh, man kann da gar nicht rein, super Flieg Und jetzt geh ich zurück Komm, komm, lauf, lauf, Zessens Essen, 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 essen Lauf, Zessens, lauf Lauf, 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 doch Zessens Sonst ist alles endgültig vorbei Und sie ist ein wenig schüchtern Aktiv schüchtern, sozusagen Wegen ihrem Namen Sie wird sich in den Kopf absetzen und dann Okay Aha, was hat die denn für ein Schwert? Ja, 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 ja Du kleiner Waxer So ein kleiner Waxer da hinten Das seh ich nicht ein So, okay, sie ist tot Ich hätt's persönlich auch nicht damit gerechnet Wenn, wenn da jemand vor mir steht, dass er dann auf einmal so wie so ein wild gewordenes Tier angerannt kommt, Alter Oh, oh Ja, die, ähm Kam ein bisschen Spät Aus dem Nichts geflogen Ja, lol, der ist so weit weg Ja, natürlich lauf ich da jetzt hin, Alter Na, nice Da, wow Da hab ich ja Bock drauf, Alter Ich will mal gucken Was er macht Ob er drauf reinfällt oder nicht Na, guck, wir probieren den alten Trick Gut, er scheint nicht so drauf reinzufallen Tschüss Okay, er ist doch drauf reingefallen Aber in diesem Moment mit der Angel haben wir es alles gerettet Was mach ich hier drin jetzt? Also mal ganz ernsthaft, was mach ich hier? Gut, okay, dann spiel ich mit dem Duty-Runde noch Und für euch heißt es verabschieden Dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Video Und tschau Gib diesem Video einen Daumen nach oben Oder deine What in Minecraft wird nie wieder funktionieren